Vince Ebert erklärt die Welt bei Hitradio FFH. Macht Spaß. Hallo FFH, hier ist Vince Ebert, der lustigste Physiker nach Oskar Lafontaine und Angela Merkel. Ja und viele fragen mich, was ist der Grundgedanke der Wissenschaft? Ja, Wissenschaft besteht letztendlich aus einer Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Wenn ich zum Beispiel vermute, im Kühlschrank könnte noch Bier sein und ich gucke nach, dann betreibe ich im Prinzip schon eine Vorform von Wissenschaft. Großer Unterschied zur Theologie, in der Theologie werden Vermutungen in der Regel nicht überprüft. Wenn ich zum Beispiel nur sage, im Kühlschrank ist Bier, bin ich Theologe. Wenn ich nachgucke, bin ich Wissenschaftler. Wenn ich nachgucke, nichts finde und trotzdem behaupte, dass es Bier drin, dann bin ich Esoteriker. So, jetzt wisst ihr es. Vince Ebert erklärt die Welt bei Hitradio FFH. Macht Spaß. ism.